Ich glaube, ich echt nicht verkehrt. Alter, das sah auf dem Frame genau hin. Nice. So, Cursed. Ich meine, ich krieg schön die Monster-Coins, ne? So, wie viel Attack hab ich jetzt? Ich hab jetzt mehr. Also, ich muss mich drinnen buffen, ne? Vieles geht sonst echt verloren. So, den Shinsener hier lässt er aber liegen, ne? Hat er sich schon wieder versteckt? Mhm, in den Büchern. Vorsicht, der Castet. Soll ich Schnauze halten? Ah, shit, ich dachte, du rennst da wieder rein mit Wirbel. Hab ich jetzt dann auch noch hinterhergezogen. Okay. Ey, wie bist du so schnell? Ich hab das Gefühl, immer der untere ist schneller. Einbildung. Oh, das war schön. Das jetzt wieder nicht. Woher? Welcher Arsch war denn das schon wieder? Hat er in der Ecke? Da hau ich mit drauf. Der Kackuh in Sonnen wird bestraft. Aua. 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 Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für diesen Dungeon würde es sich vielleicht sogar lohnen, ein extra Tankbild anzulegen. Hm, komisch, vielleicht hau ich so eins sogar. Ich hab das Gefühl, für den Dungeon würde es sich lohnen, ein Stratege zu sein, der da einfach einen Vulken hinhaut und dann zuschaut. Das auch. Das mit den Damage-Zahlen fuckt mich ein bisschen ab bei dem tatsächlich, dass man das einfach nicht sieht obendrüber so richtig. Kannst du mich bitte nicht wegschieben, ich würde gerne mitspielen. Hallo, hallo. Yeah, weg mit mir. Fuck you. Oh, das war ja absolut synchron. Bei mir nicht. Bei mir war die letzten Animation. Bei mir war gerade die Abschluss-Dings genau die gleiche Millisekunde. Genial. Ja. Ich bin halt einer, der nutzt diesen Angriff wirklich sehr häufig. Hm, jetzt würde ich den halt auch nutzen. Zack. Einfach 30 Prozent weg. So. 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 No, da war das. So. 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 Nein, die eine Box hat... Die eine Scheißkiste jedes Mal. Oh, ich sehe gerade mein Leben, lol. Ich habe sie überhaupt nicht mitgeschnitten. Was ist mit dem Leben? Mein Leben war kurz relativ lau. Oh, so. Das ist einfach... Hör auf, mir alles nachzumachen. Hör auf, du mir alles nachzumachen. Nein, au, 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 hä? Ich stehe wo ganz anders und wurde davon getroffen, what the fuck? Ich stand auch am Arsch der Welt, aber ich wurde halt... Ja, egal. Nein, au, Chemie ist doch... Shit. Was ist passiert? Und was ist Chemie gestorben? Ja, Ikea ist auch fast gestorben. Eine Kiste hat es geschafft, einfach nach unten hinzugehen. Scheiße. Wir müssen echt die komischen Viecher wegmachen. Ne, das lag nur daran, dass beide nach hinten rechts geschoben wurden durch Rübius hier. Er hat irgendeinen Angriff gemacht und alle weggetragen. Und dann wurde... Das war wahrscheinlich der, wo es mich am Anfang auch komplett woanders hingehauen hatte, wo ich nicht in der Nähe stand. Fuck, ey. Und wieder weniger Loot. Hör auf, mir alles nachzumachen. Guck, dafür gibt's auch kein Buch. Ja. Oh. Hör auf, ich mach drin wieder nen Buff. Okay. Das ist halt der bessere ARTK-Buff. Oh, sogar mit Dragon-Skill. Ja. Ich wollte den mal wieder reinsetzen. Ja. Ja, ist doch gut. Aber egal. Hat geklappt. So. Ich hatte damals so einen richtig witzigen YouTuber gesehen für League. Ich weiß nicht, ob dir Spassi oder Spassi was sagt, wie der heißt. Aber der spielt kein League mehr. Nicht? Der hatte dann irgendwann mal aufgehört mit League. Oh, okay. Respekt. Schafft auch nicht jeder. Der hatte halt so witzige Videos immer am Start. Gerade mit den Leuten, die er immer dazugeholt hat. Na ja. Die waren immer nice. Ich hab mich an irgendwas erinnert gerade. Aber an was? So müssen sich Demente fühlen. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Der alte Urgott. Du erinnerst dich noch an den, ne? Ja. Wo der mit der Ultima switchen konnte. Und irgendjemand meinte, oh, das ist richtig okay. Du musst ihn jetzt die ganze Zeit spielen und so. Ja, und dann hat er das einfach mal gemacht, ne? Mhm. Und die haben noch irgendeinen Typen mitgenommen. Gupi oder so hieß der. Und der hatte Udia gespielt im Jungle. Und dann, äh, dann ging's irgendwann los. Einer hat mit, äh, irgendwelchen asiatischen Namen angefangen für Fähigkeiten. Und dann ging's ja los. Er hat ja Krabbengegner Urgott. Und dann fängt er an, äh, mit seinem Crab-Clo. Ist richtig auch mit der Aussprache, so? Ja, der konnte... Also der komische Typ dann kommt da an, Crab-Clo, nur Jutsu und so. Also Spazi hätte halt wirklich, äh, irgendwie Synchronsprecher machen können. Ja. Der konnte das echt gut mit den ganzen Stimmen. Ne, äh, das mit Crab-Clo, nur Jutsu, das hat wer anders gesagt. Ja, okay. Der Rando, den sie mitgenommen hatten. Und dann, äh, haben die irgendwas gesagt? Second Time UKG und so, oder sowas, ne? Ne, ne, ne. Keine Mom an. Oh. Oh. Ja, geh sonst ran. Ich mach den gerade. Ich mach den Boss jetzt noch fertig. Ja, wobei. Kann schon annehmen, wir machen den schnell down hier. Okay. Ich mach den. Vielen Dank. 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 War noch auch viele Gute dabei. Also, ich mochte es teilweise. Ja, wir hatten nur Schmutzbücher gehabt. Ja, ich mochte es. Ja, Zulrap, Alter, der ist krank. Ja, ich mochte es. Ja, ich habe das ja auch gespielt. Ja, wenn du keine Grits machst. Ja, ich mochte es. Ja, ich mochte es. Ja, das Pumpkin-Set haben. Ja, ich mochte es. Ja, ich mochte es. Ja, ich mochte. Die liegen schon wieder da, die liegen. Ja, ich mochte es. Ja, ich mochte es. Ja, ich mochte es. Ja, ich mochte es ist. Ja. Ja, ist erst mal. Ja. Tiger ist on, jetzt geht's los jetzt wird Helm gefahren die Spiele werden eröffnet schon wieder ein Buch bei uns drin zum Glück noch gesehen ja, bei deinem Char sieht man es schneller Kena hat jetzt fast 100.000 HP Jamie hält schon ganz gut aus aber jetzt auch nicht überragend ich hab mit Kena hat mehr Diefenstern das ist schön in die Ecke halten mhm, lecker mhm er macht die Animation nach hinten kriegt aber immer noch Damage vorne ja